So, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal Richtung Westen zu gehen. Und zwar für die Quests Autobahnkreuz und... Wo war das? Das hier müssen wir noch machen. Die ersten Quests sind das noch von der Bruderschaft. Und zwar müssen wir da einmal hin zum Autobahnkreuz und dann hier rein. Aber bevor wir das machen, gehen wir hier in Diamond City noch die Nuka Cola ab. Das ist eine kleine Mini-Quest. Keine Ahnung, was das bringt. Ob man da was für bekommt oder... Einfach mal gucken. Weil es glaube ich schon zwei oder dreimal dort hat er nie eine Nuka Cola in der Tasche. Jetzt machen wir das einfach mal. Und zwar, jetzt machen wir die auch mal wieder raus hier. So, genau. Nein. Quincy ist eine Serie. Ziemlich schlechte Serie. So, irgendjemand soll ich jetzt hier eine Nuka Cola geben. Ja. Ist das beim Nick drin? Nee, das ist hier hinten dran, sonst würde ja angezeigt werden. Ach hier. Wer ist das? Hansässiger. Was war das hier hinten eben? Ach, die Matratze kann ich nicht klar. Sheffield. Keine Ahnung, was das bringt. Schauen wir mal. Boah, braucht der lange zum Aufstehen. Ja, Coca Cola. Ja, bitte. Oh, danke. Danke. Das war's. Hey, Sheffield. Was hältst du davon für mich zu arbeiten? Hallo. Legt das jetzt komplett hin. Steht dann wieder auf. Echt jetzt? Ja, klar. Oh, Mann. Na ja, gut, der ist, der ist ziemlich durch, der Typ. Wirklich? Meinst du das ernst? Was meinst du? Klar. Okay. Vielleicht wird das ein neuer Anfang. Da kannst du hingehen. Tschüss. Dich haben wir mal rekrutiert. Bombig. Auch nur ein Ansässiger hier. Ja, und der auch. Okay. Gut. Und dann geht's weiter zum Autobahnkreuz. Autobahnkreuz. Ah, wie kommen wir da am besten hin? Boah, schon weiter Weg, ne? Ja, würde ich sagen, laufen wir mal ein bisschen. Erkunden mal ein bisschen die Gegend. So ein Totenschädel heißt, der Gegner ist über mir vom Level. Okay. Gut zu wissen. So, diese Richtung. Jawohl. Ich würde sagen, einfach mal der Straße folgen, ne? Hast du den letzten gesehen? Den, mit den ganzen Granaten? Nein, ich hab meine Runde gemacht. Was war mit ihm? Tja, Becker hat ihn vorne in den Laden gezogen und alles schien okay zu sein. Dann ist er wohl ausgeflippt oder so, weil er plötzlich mit Granaten um sich geworfen hat. Was? Und was habt ihr gemacht? Das ist es ja. Wie sich rausstellte, waren das gar keine Granaten. Das ist ja kein Mann, nur Steine. Er hat die Geräusche selbst gemacht. Wenn die Rüchte gezogen wurden, einfach alles. Tocke. Liegen hier einfach, stehen hier einfach zur Rede rum und quatschen ganz laut. Ja, jetzt sein. Haben die sonst nichts gehabt hier? Scheint nicht. Okay. Ja. Dann weiter. Sind doch bestimmt noch welche. Okay, war anscheinend nur wirklich nur so ein kleines Raiderversteck. Mars-Pike-West-Tunnel. Hey, das nehme ich gar nicht mit. Eigentlich hatte ich mir wirklich vorgenommen, alles mitzunehmen, aber das ist unnötig. Ein Praminschädel, ja, von mir aus. Zemenza, klar. Ich bin jetzt auf der Straße hier. Okay, also die Straße ist da unten. Lauf ich jetzt aber nicht entlang. Wenn, dann laufe ich hier entlang. Hm. hier geht es nicht rein da wird mal eine lauffolge ok da oben geht die autobahn entlang ich weiß nicht ob ich aber weiterkomme keine ahnung klar ok wie komme ich da hin da ist der fluss da kann ich ja niemals durchschwimmen oder ja weit ist es ja nicht ich speichere lieber mal schnell habe ich da noch drauf jippa oh raus ok war wahrscheinlich nicht so gewollt aber muss ja irgendwie hier hochkommen oh so ein typ so ein typ echt jetzt steht ein auto rum uh oh boah du großer Gott geh weg wo ist er jetzt hin da liegt er also diese viecher echt respekt so weit zum autobahnkreis äh okay töte Barnes töte Winlock warum auch immer wer auch immer das ist ich habe keine ahnung mehr ich bin am autobahnkreis Mars Pike angekommen werde jetzt die zwei Gunner Winlock und Barnes jagen und töten die McCready in Good Neighbor bedroht haben ah gut dann machen wir das wo sind die okay okay würde ich sagen dann nehmen wir uns erstmal den hier vor Gunner ich hoffe dass die da oben irgendwo drauf hocken oh ähm ja da ist noch einer die hat sich echt getroffen cool oh die halten aber also diese Waffe ist echt scheiße als Scharfschützengewehr da müssen wir echt noch was überlegen ups naja oh was war das denn warum schon wieder woher wo kommt da die Granate her sag mal da hinter mir oder was die ist immer noch verkrüppelt warum laufe ich so langsam ups ja mein Teil ist nicht voll ich bin nicht verkrüppelt ich bin nicht wo kommen die immer her das verstehe ich nicht ganz da oben allmächtiger und da oben ist ja krank auf wen schießen die jetzt naja wir haben ja genug schuss schuss doch klar heile das ist ja krank das was ich mache jetzt mal was ganz anderes aber warum laufe ich so langsam das verstehe ich nicht ok schuss schuss aus Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was nehmen wir denn da? Das könnte heftig werden, ja. Allmächtiger will das Sinn. Das schaffe ich niemals. Was kann ich denn da nehmen für eine Waffe? Ich brenne auch noch. Okay. Okay. Da muss wohl eine andere Waffe her. Das war klar. Das war klar. So wird das nix. Wir sind alle da oben drüber. Boah, wie willst du denn das schaffen? Das war's für heute. Ganz selig? Niemals. Das mal speichern, ne? Das sollte ich mal speichern. Oh oh, noch so'n Ding. Oh, jetzt noch ein Hülschen. Guck mal, wenn man da vorne irgendwie hochkommt. Ups. Ups. Das wollte ich nicht. Wieder zurück. Was ich da irgendwie anschleichen kann und die dann einzeln erledigen kann. Wirklich jetzt? Ja, das geht. Cool, das geht. Das geht. Ist auch dann direkt vor uns, ne? Das geht. Geil. Oh, da kommt schon einer. Wir sind noch versteckt. Sehr geil, würde ich sagen. Wir machen mal einen Break. Und nächste Folge, ganz leise. Nächste Folge machen wir die einzelnen Blatt von hier aus. Vielleicht muss ich auch nochmal zurück und Raketenwerfer holen oder so. Egal, wir machen die Blatt. Bye, bye.